Ah, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Into, into, into. Spielst du? Spiel mir hier noch das Backflip Prison einfach auf ihn. Nee, wieso? Das kannst du doch nicht. Aber ich kann's auch jetzt. Da hab ich meinen Maler genutzt. Na, spiel doch lieber... Das Abundant Girls, damit ich nächste Runde sicheren Propheten hab. Ja. Und dann knallt jetzt noch den Scheißteufel aus. Nein! Ich will den Teufel nicht spielen. Schon, wir sind schon wieder gefixt.